Jeder von uns hat ja Spiele, die er sich unbedingt auf der Switch wünscht und gerade mit dem neuen Konzept, das die Switch eingeführt hat, gibt es viele neue Möglichkeiten, diese auf eine neue Art und Weise umzusetzen. Weshalb ich mich mit dem guten Akata zusammengesetzt habe und wir beide auf unseren Kanälen ein Video erstellt haben von den Spielen, die perfekt für die Switch geeignet wären. Und Leute, vergesst auf keinen Fall den Kanal zu abonnieren, denn ich habe halt einfach gesehen, dass über 90% die meine Videos schauen, einfach nicht Abonnenten sind. Wäre cool von euch, denn dann würdet ihr auch immer mitbekommen, wenn mal ein neues Video rauskommt. Aber genug des Ganzen, fangen wir doch mit dem Video an. Als erstes hätte ich für euch Mario Party 11. Wer hätte es gedacht? Mario Party ist eine IP von Nintendo, die kaum noch wegzudenken ist. Seit der N64 ist sie permanent auf allen Plattformen von Nintendo präsent. Sei es die Gamecube, sei es die Wii, sei es der DS, der Gameboy Advance, der 3DS. Wirklich auf jeder Konsole gab es bis jetzt eine Mario Party, weshalb auch klar ist, dass es auf der Switch eine Mario Party geben wird. Aber weshalb ich mir wirklich eine Mario Party 11 auf der Switch wünsche, ist einfach wegen den Joy-Cons, die die Switch jetzt neu eingebracht hat. Mario Party hat halt einfach für mich seit dem 6. und dem 7. Teil wirklich richtig viel Potenzial verloren. Es ging immer mehr und mehr den Berg hinab. Ich fand, dass die Spiele immer weniger Innovationen reinbringen. Sie werden immer eintöniger. Die Minispiele haben nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber jetzt mit der Switch könnte sich das einfach perfekt ändern. Denn der HD Rumble, wie wir es schon bei 1-2-Switch gesehen haben, hat so eine Präzision, hat so einen guten Effekt, weshalb man eine ganze Reihe neuer Minispiele erstellen kann, die wirklich innovativ sind und wirklich etwas Neues bieten und mir den alten Spaß von Mario Party zurückbringen könnten. Dazu kommt ja noch, dass die Switch immer zwei Joy-Cons beinhaltet, weshalb man zumindest immer schon zu zweit spielen kann und sich nicht um einen weiteren Controller Sorgen machen muss. Er liegt einfach perfekt in der Hand und für solche Minispiele ist der Controller einfach perfekt geeignet und ich kann es einfach kaum aberwarten, bis ein Mario Party 11 herauskommt und ich es mit meinen Leuten zusammen spielen kann. Ein Smash Bros. Football wäre einfach nur ultra passend für die Nintendo Switch. Ich meine, die Features der Switch sind einfach perfekt dafür geeignet. Im Trailer wurde selbst ja gezeigt, dass die Leute da irgendwie auf dem Basketballplatz dann Controller auspacken und mit den Joy-Cons Basketball spielen. Und das wäre mit Mario Smash Football natürlich noch besser. Außerdem könnte man das Charakter-Roster einfach um so vieles erweitern und einfach weggehen von dieser Bewegungsstörung, die auf dem V-Teil einfach ultra gestört haben. Das heißt, man könnte sozusagen Back to the Rules gehen und das Beste von dem V-Teil, also von Mario Strikers Charge Football, könnte man einfach das Beste nehmen, also die Charaktere, die Aufstellung und so weiter und so fort, Charakter-Customization und einen geilen Online-Modus und könnte dann das Klassische, also das erste Smash Football auf dem Gamecube mit geilen Dribblings, mit geilen Foul-Attacken und Krätschen und Schüssen und verschiedenen Sachen, könnte man das um so vieles erweitern. Vielleicht könnte man noch einige Tricks einfügen, um das Spiel halt noch interessanter zu gestalten. Dazu könnte man noch einige coole Events einfügen, wie zum Beispiel das Bowser kommt, was halt in den vorherigen Teilen war, dass vielleicht noch andere Sachen passieren oder einfach einen Ranked-Modus einfügen. Ich weiß, Nintendo macht sowas eigentlich nicht, aber man hat gesehen, dass sie mit Splatoon schon in die richtige Richtung gegangen sind und dieses ganze E-Sports halt ein bisschen ernst genommen haben und da könnte man für Mario Smash Football, für Switch einfach was richtig Cooles draus machen. Und als letztes hätte ich für euch Mario Kart 9 Double Dash. Mario Kart im Allgemeinen ist ja eine wirklich sehr beliebte Reihe. Jeder liebt dieses Spiel, den ich kenne und auf der Switch ist auch vor kurzem ja auch das Mario Kart 8 Deluxe gekommen, der Port von der Wii U auf die Switch, der auch einfach fantastisch ist. Mit Mario Kart 8 wurden so gut wie alle Eigenschaften, die sich im Laufe der Zeit in der Mario Kart Reihe entwickelt haben, in einen Teil zusammengefügt. Und beim besten Willen, ich habe wirklich keine Ahnung, was sie neu in Mario Kart 9 hinzufügen wollen, außer vielleicht neue Maps oder Spielmodi. Wir können auf Wände fahren, wir können durch das Wasser fahren, wir können durch die Luft fliegen, wir können einfach schon fast alles, was dieses Spiel einfach perfekt macht. Man könnte höchstens eben nur noch neue Items hinzufügen. Aber das, was wirklich wieder etwas Neues reinbringen würde, wäre einfach Mario Kart im Double Dash Format. Wie ihr schon in dem Video gehört habt, ist der Hauptfokus, in dem ich mich in diesem Video beziehe, halt wirklich dieser Bonus der Switch mit den Joy-Cons. Es ist perfekt für ein neues Double Dash geeignet. Man könnte direkt mit einem Kumpel zu zweit auf ein Kart hüpfen. Der eine schlägt die Gegner weg und feuert die Items ab und der andere sorgt dafür, dass die Kurven gut gefahren werden. Double Dash ist einer meiner Lieblings-Mario Karts, da es einfach so viel Spaß macht, mit seinem Kumpel im Team zu arbeiten. Dieses Format Double Dash auf der Switch würde einfach perfekt aufgehen und ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis dies auch rauskommen wird. Yo Leute, das wär's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst auf keinen Fall bei dem guten Nakata reinzuschauen. Der Link zu seinem Kanal ist der erste Link in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Schreibt doch unbedingt in die Kommentare, was ihr euch unbedingt auf die Switch wünscht, was sie hier auch perfekt mit den Joy-Cons, mit dem Format der Switch umsetzen könnten, was perfekt zu welcher Serie passen würde. Vergesst auf keinen Fall ein Abo dazulassen und einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Format gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Passt gut auf euch auf. Und ich würde da mal sagen, Ciao.